ganz herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute wollte ich mit euch ein bisschen level wir können es leider nur kurz machen muss noch abendbrot essen aber dann können wir nämlich hier gleich bei stief anfangen denn dieser kleine hier möchte auch herausgekommen und wie ihr seht habe ich mich gerade ein bisschen anders angezogen als sonst weil wirklich das sieht halt wirklich sehr kacke aus ich habe mich leider ein bisschen blöd geändert aber davor sah ich auch echt nicht gut aus und ich finde dieses dünne einfach total blöd könnt ihr in den kommentaren schreiben ob ihr es besser findet aber ich weiß nicht ob ich mich schämen soll oder ob ich lachen oder weinen soll wirklich das ist so schlimm bitte schreibt mir die kommentare ob ihr es gut findet oder nicht ja ich habe gerade keinen ton weil ich denke gerade für ein musikvideo ausgeschaltet habe ich kann es ja vielleicht wenn ich es geschnitten habe kann ich es vielleicht auch einstellen ist halt nicht so gut geworden also wieso stellen sich alle aufs pferd ich mache die musik nach diesem rennen wieder an keine sorge diese hose passt übrigens überhaupt nicht zu diesem outfit da passt alle eine andere zu aber weil der charakter ja neu geworden ist sieht das halt überhaupt nicht gut aus da kriegt man voll den dicken po deswegen habe ich mich für diese hose entschieden ich ändere das vielleicht im globyshop ja von vorne sehe ich halt vom kopf sehe ich cool aus aber halt nicht von den Beinen aus Kleidung Beine blau wie sieht die von hinten eigentlich aus schrecklich ok alle farben weiß grau ok nur steht mir nicht steht Zeit auch überhaupt nicht das können wir vergessen ach nee muss ich jetzt in dieser hose na gut oh mein die steigbügel passen nicht mehr oh mein gott wie sieht das aus hat aber keiner hier so wie soll man sich hier hinstellen schön ok 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 ah ich wollte ja noch den Ton anmachen so jetzt machen wir noch eben zwei rennen da muss ich tatsächlich schon aufhören weil ich ähm meine Mutter kopf gerade meine Mutter kopf gerade weil ich schon hier oh jetzt habe ich das weil ich schon essen gehen muss das Essen steht schon auf dem Tisch deswegen kann ich nur noch zwei Levelrunden machen machen warum ich jetzt so laut spreche weil meine Mutter das hören soll ja die sehen alle sogar gut aus nur ich halt wieder meine ich ich hoffe nicht dass einer wieder sagt die neuen Charakterien sind wieder raus oh ja das machen mal die YouTuber so die neue Charakterien sind aus dann machen die so eine zeigerunde ja wie schrecklich sie aussehen warum musst du das aus dem wirklich tun die alten sahen so schön aus gestern da konnte ich sie noch genießen ich hätte sie gestern genießen sollen wirklich vielleicht nach ich muss eben was gucken wir machen uns jetzt auf ein Rennen weil ich muss tatsächlich schon ausmachen schreibt mir mal in die Kommentare wie ich hier aussehe habe ich noch eine dünne Hose dabei nein ähm was mit dem Sattel meine ich jetzt gar nicht eben wieso haben alle alle diese komischen Steckbügel ja ok ich wollte auch sagen dass wir in die Kommentare ob ihr dieses Outfit eigentlich ganz cool findet also passend zu dieser Hose und dann würde ich sagen tschüss und bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen und dann